Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinen Podcast Episode 332. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Neues vom Bauchnabel habe ich mir aufgeschrieben. Läuft weiter. Es ist kompliziert. Ich bin jetzt bis Ende des Jahres krankgeschrieben. Eigentlich hätte ich schon ab Donnerstag wieder arbeiten sollen, aber da gibt es irgendwelche, ich will nicht sagen Komplikationen, ist zu viel. Da hat sich irgendwie so ein Blutdings gebildet irgendwie. Und das müssen wir jetzt beobachten, dass sich das nicht entzündet. Heißt also weiter schonen, weiter kühlen und dann gucken wir mal, wie sich das weiter abzeichnet. Ja, ansonsten vielen Dank für viel Mitleid und gute Ratschläge zu meinem Teams Problem. Da kam auf ganz vielen Kanälen ganz unterschiedliches Feedback, sogar Schulungsangebote. Ich kann dir das zeigen. Fand ich total nett. Das hat sehr, 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 es war sehr aufbauend. Und inzwischen habe ich gelernt, dass man nicht alles über die Handy App machen kann, sondern eben auch die Desktop App dazu braucht. Ich habe jetzt ganz vieles schon stumm geschaltet. Dann kamen immer noch weiter Benachrichtigungen, weil natürlich Teams mit dem Outlook Kalender verknüpft ist und der sich dann gemeldet hat. Das heißt, ich habe jetzt einfach mal zumindest für die Zeit meiner Krankschreibung alle Benachrichtigungen auf Betriebssystemebene abgeschaltet. Ich hatte gehofft, dass das am Ende der Krankschreibung einfach nur zwei bis drei Häkchen sein würden, die ich umstellen muss. Jetzt sind es bisher fünf Häkchen in der App, der Desktop Anwendung und den Benachrichtigungseinstellungen meines Handys. Sagen wir es mal so, es gab mal eine Zeit, da hat Microsoft nicht ganz so hart genervt wie jetzt gerade. Also die Art, wie die mal wieder anfangen, ihre Produkte zu pushen, das habe ich gefühlt in der Form seit dem Browser-Kriegen nicht mehr erlebt. Aber ist auch nur mein Gefühl. Ich setze mich damit ja nicht professionell auseinander. Ansonsten ist gar nicht so viel los. Komischerweise erlebe ich nicht besonders viel, wenn ich den ganzen Tag auf der Couch liege und einen Kühlakku auf dem Bauch habe. Außer, dass ich langsam das Gefühl habe, dass ich Gefrierbrand kriege. Wir haben es trotzdem hinbekommen, eine Nord-Süd-Gefälle aufzunehmen. Die ist auch schon draußen seit dem 15. Witzigerweise. In der neuen Episode sprechen wir über das Wetter und darüber, dass es noch keinen Wintereinbruch in Schleswig-Holstein gab. Das klang so. Hattet ihr auch Schnee? Weil ich hatte irgendwie mitgekriegt, dass Norddeutschland auch was abgekriegt hat? Ja, also das wollen wir ehrlich sein. Also das würde noch nicht mal ich als Schnee bezeichnen, was hier runterkam. Also das waren wirklich ein paar Krümel. Das lag irgendwie für ein paar Stunden so puderzuckerartig im Garten. Und das war's. Also erfahrungsgemäß wird es halt so sein, dass irgendwann wieder von Osten her eine Kaltluftfront kommt und dann irgendwie Flensburg, Schleswig, so diese Ecke, dass da wieder irgendwie Schneeverwehungen sein werden. Aber da sind wir im Augenblick noch relativ weit von entfernt. Ja, und wie es der Zufall will, der Teufel ist ja ein Eichhörnchen, laut Kachelmannwetter könnte die Schneehöhe in Schleswig-Holstein kurz nach Weihnachten durchaus bei bis zu 50 Zentimetern liegen. Ich habe da einen Link in den Shownotes zu den Modellkarten. Die, die ich verlinkt habe, ist die mit dem in Anführungszeichen Worst-Case-Szenario. Da gibt es auch welche, die deutlich geringere Schneehöhen ansetzen. Mal gucken, was da rauskommt. Wir werden jedenfalls Vorräte anlegen und haben also schon angefangen, so ein bisschen dafür einzukaufen. Alles ganz spannend. Aber wir wissen natürlich auch, alles, was weiter entfernt ist, als die nächsten drei Tage, ist radikal unseriös. Und insofern müssen wir uns, glaube ich, über die Zeit nach Weihnachten noch gar keine Gedanken machen. Heute Nachmittag nehmen wir dann tatsächlich den High-Alarm-Podcast auf. Es geht um Surrounded, tödliche Bucht. Relativ neu, den hätten wir eigentlich gerne schon im November besprochen, weil wir den vor Verkaufsstart vorliegen hatten. Aber dann kam das Leben dazwischen. Ihr könnt ja gerne die letzten vier Episoden euch anhören, um ungefähr ableiten zu können, was Hinderungsgründe waren, die verhindert haben, dass wir die Episode pünktlich rauskriegen. Aber morgen früh erscheint sie dann morgen am Montag, den 20. Ich denke, dass ich es so gegen sechs veröffentlichen werde, einfach damit dann die Leute, die uns auf dem Weg zur Arbeit hören, schon was im Podcatcher haben. Ansonsten höre ich gerade sehr viel Podcast. Meine Playlist im Podcatcher schrumpft zunehmend wie Butter in der Sonne. Und was ich daraus ableiten kann, sind zwei Empfehlungen. Zum einen mal Netz aus Lügen. Das ist ein Podcast, der von Kugel und Niere produziert wird im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Und da geht es um Desinformationen im Netz. Das ist sehr, sehr geil produziert. Ann-Kathrin Büsker ist die Sprecherin. Da sind viele, viele Interviews drin mit ExpertInnen. Es gibt sehr, sehr gutes Fact-Checking. Es ist einfach ein sehr gut gemachtes journalistisches Produkt. Also das muss man einfach sagen. Und hört sich trotzdem jetzt nicht so super überproduziert an. Ich weiß, dass es Leute gibt, die dieses Unperfekte an Podcasting viel lieber mögen. Aber das ist wirklich was sehr, sehr Hörenswertes und das zeichnet eben nochmal genau nach, was so die Strategien sind zur Wahlbeeinflussung beispielsweise in den USA und dann auch bei uns. Und wo wir gerade beim Thema überproduziert sind, ist es dann die nächste WTFM 100,0. Ist meine Entdeckung des Jahres. Gibt es auch noch nicht so wahnsinnig lange. Die haben jetzt gerade irgendwie, weiß ich nicht, fünf oder sechs Folgen draußen. Und das ist weniger ein Podcast als so eine Art Sketch Show. Das ist irgendwie so eine Comedy-Gruppe Luxan Wunder, die in diesem Podcast Radio auf die Schippe nehmen und alle Spielarten von Radio irgendwie abbilden. Also es gibt dann zum Beispiel eine Version, in der ersten Folge wird das gleich gespielt, Deutschlandfunk YOLO. Wo also so ein super seriöser Deutschlandfunk-Sprecher irgendwelche Jugendsprache-Begriffe mit reinnimmt und dann im cool krassen Veranstaltungskalender für hippe junge Leute auch Sätze sagt wie, und was auch richtig fickt, Kammermusik. Sensationell. Ich habe mich wirklich weggeschmissen. Ich merke bei mir selber, also ich mache es ja gerne so, dass ich, wenn ich einen neuen Podcast höre, dass ich dann nur einzelne Folgen einmal Probe höre. Und wenn der mir jetzt in diesem Fall, habe ich glaube ich, bin ich bei Folge zwei eingestiegen. Also es gab zwei Folgen, als ich den entdeckt habe, habe dann die sukzessive runtergeladen und halt auch immer in der Playlist nach oben geschoben. Das mache ich manchmal gerne. Ich höre nicht so gerne mehrere Folgen vom gleichen Podcast direkt hintereinander. Es muss dann immer ein bisschen Abstand dazwischen sein. Und ich merke bei mir, der selbstgewählte Abstand von vier Episoden anderer Podcasts, der ist zu klein. Also das nutzt sich doch relativ zügig ab. Gerade wenn man viel am Stück hört, so wie ich das jetzt im Augenblick mache. Deswegen bin ich jetzt ganz froh, wenn da ein bisschen mehr Puffer dazwischen ist. Aber es macht unheimlichen Spaß, das zu hören. WTFM 100,0 gibt es auch in den Shownotes, den Link dazu. Und ein bisschen gucke ich dann auch mal auf den Fernseher. Also tatsächlich ist es mit dem Bauchnabel für mich gerade am besten, in der Nachsorge im Wohnzimmer zu liegen. Da haben wir einen super bequemen Fernsehsessel und das passt für mich am besten gerade. Das Sofa ist nur so mittel und tatsächlich auch am Schreibtisch sitzen macht nicht immer hundertprozentig viel Spaß. Deswegen muss ich auch gleich wieder runter aufs Sofa. Und das Ding ist, unten ist der Fernseher nicht, sondern der ist hier oben in meinem Podcastzimmer. Trotzdem liege ich ab und zu hier und gucke mit der Herzdame Netflix. Und da haben wir jetzt neu für uns entdeckt Lock & Key. Das ist eine Netflix-Serie, die in diesem Jahr rausgekommen ist, in 2021. Und es geht irgendwie darum, einer Familie stirbt der Vater weg, der wird erschossen. Und sie ziehen dann in das Familienanwesen, sehr, sehr weit weg von da, wo sie herkommen. Und das ist halt so eine riesengroße viktorianische Villa, die irgendwie schräg und gruselig ist und eine Menge Renovierungsbedarf braucht. Und irgendwie jeder in der Stadt weiß, wer die sind, kennt die Familie und kennt auch dieses Haus, das als Key House bekannt ist. Und der Clou ist, dass in diesem Haus überall magische Schlüssel versteckt sind, die irgendwelche abgefahrenen Sachen machen. Also du kannst dann halt sagen, keine Ahnung, ich will ins Eiskaffee in der Stadt, schließt irgendeine Schranktür auf und gehst da durch und bist dann in dem Eiskaffee. Solche Sachen. Oder irgendwie, du kannst, da gibt es einen Schlüssel, den hast du in der Hand und dann ist das Schlüsselloch in deinem Nacken. Und wenn du den umdrehst, dann bist du in deinem Kopf und kannst dich also darin umgucken. Und kannst irgendwie Erinnerungen aus dem Regal ziehen und lauter so ein Sheet. Ganz, ganz spannend, vollkommen schräg, bisschen gruselig auch. Und sagen wir es mal so, also wir haben da vorgesessen und haben also ungefähr fünfmal gesagt, ja komm, eine Folge geht noch und dann war es irgendwie nachts um zwei. Also dringende Empfehlung, sich das anzugucken. Ist wirklich schick. Und wir müssen jetzt langsam auch wieder ein bisschen weiterkommen mit den tausend Fragen. Wie immer ausgewählt aus einer Liste von Fragen, die man sich selber stellen kann, um sich besser kennenzulernen. Und das funktioniert in meinem Fall am besten per Zufallsgenerator. Es gibt Fragen, auf die ich keine Antwort weiß, weil sie so pseudophilosophisch sind. Es gibt Fragen, die ich nur rudimentär beantworten kann, weil ich nicht die Zielgruppe bin. Und es gibt Fragen, die sind mir zu privat. Die beantworte ich dann gar nicht. Und wir gucken mal, was passiert. Wie gesagt, per Zufallsgenerator. Und der landet als erstes auf der vier. Über welche Witze kannst du richtig laut lachen? Das sind in der Regel Flachwitze und gerne die von Philips Flachwitz-Hotline beim Kongress. Das macht er immer. Der hat so eine Liste von zig Flachwitzen und dann kann man eine Nummer anrufen und dann liest er einen dieser Flachwitze vor. Und das ist also wirklich, wirklich schlimm. Es gibt auch eine Liste von Flachwitzen bei GitHub. GitHub, vielleicht finde ich die auf die Schnelle und dann verlinke ich die auch in den Shownotes und kriege dir ungefähr einen Überblick dazu. 762. Wie viel Zeit am Tag verbringst du in der Küche? Das ist im Augenblick ein bisschen weniger, weil ich tatsächlich gerade mich auch schonen soll und mich nicht so anstrengen soll. Vor allen Dingen keine schweren Sachen heben. Aber normalerweise, ich schreibe da jetzt ja keine Liste. Deswegen weiß ich das nicht hundertprozentig, wie viel das tatsächlich ist. Naja gut, es ist halt mehr so zur Zubereitung von Mahlzeiten und dann zum Aufräumen und Putzen. Küche ist mein Job bei uns. So haben wir uns aufgeteilt. Also unter anderem die Küche. Aber wie viel das ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nee, ich will es auch gar nicht abschätzen. Weil es ja auch unterschiedlich ist. Dann kochst du irgendwie lecker Bolo zum Einkochen, bist du auch mal drei Stunden in der Küche. So oder für ein, also wenn wir jetzt ein großes Weihnachtsessen machen würden, dann ist das ja auch fast ein halber Tag, den man da ist. Und an anderen Tagen gibt es halt irgendwie Frühstück und zum Mittag hole ich einen Döner und abends bestellen wir was. Haben wir auch alles schon gehabt. Dann bin ich halt so gut wie gar nicht in der Küche. Das gibt es also auch alles. 451. Wann hast du zuletzt Fotos eingeklebt? 1987. Nee, weiß ich nicht. Es ist, also erstmal, ich frage mich auch, was in der Liste von Fragen, die man sich stellt, um sich besser kennenzulernen, warum ist das relevant? Ich lese mal aus dem Text zu diesen Fragen vor. Was macht dich glücklich? Wovon träumst du? Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Und was hättest du lieber anders gemacht? Erfahre mehr über dich selbst, indem du dir in den folgenden Seiten in aller Ruhe Gedanken zu den folgenden Fragen machst und sie am besten auch gleich für dich notierst. So. Die Frage, wann ich zuletzt Fotos eingeklebt habe, weiß ich nicht ganz genau, wie die mir dabei helfen sollen, meinen Charakter für mich selber auszuloten. Aber gut, nee, das letzte Mal Fotos eingeklebt habe ich nach einer Klassenfahrt in der siebten Klasse. Da sind wir kurz vor den Sommerferien 14 Tage nach Lenzde gefahren, das ist in der Nähe von Grömitz, weil der Kreis, aus dem ich stamme, dort ein Ferienlager unterhält, wo also reihum alle Schulen ihr Sommerlager abhalten und während der Ferien der Kreis Jugendfreizeiten organisiert. Und zwar, ich glaube, dreimal zehn Tage oder was kann, ist auch egal. So, und da sind wir hingefahren in der siebten Klasse, waren gerade in die Mittelstufe versetzt worden, aus mehreren Klassen unserer Gemeinschaftsschule zusammengewürfelt und kannten uns also noch nicht alle so hundertprozentig und das war halt so ein bisschen Teambuilding-Maßnahme. Ja, und da habe ich halt irgendwie, weiß ich nicht, das hat sich so ergeben, ich habe halt echt viele Fotos gemacht mit so einer kleinen Pocket-Kamera, die waren alle scheiße, also wirklich alle, aber ich habe echt viele gemacht. Und ich weiß nicht, meine Eltern waren stocksauer, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, für die Entwicklungskosten 200 Mark bezahlen mussten, das war unfassbar. Aber auch ein Großteil, ich glaube, ich habe den ersten 36er-Film durchgehabt, da waren wir noch nicht ganz, noch nicht ganz bei der Hälfte der Strecke. Das war auf jeden Fall total schräg. Ich war schon als Kind jemand, der besser mit dem Handy fotografiert hätte. Oh Gott, oh Gott. So, und die letzte für heute, 141. In welche Länder möchtest du noch reisen? Es gibt eine Menge. Also es gibt tatsächlich sehr konkrete Pläne, Reisepläne, zum Beispiel für das Baltikum. Wir haben irgendwann mal vor Jahren uns überlegt, eine mindestens dreimonatige Europa-Rundreise zu machen, wo wir also Westeuropa uns angucken wollten. Und das hatten wir überlegt, ich möchte super gerne nochmal wieder nach New York. Das eine Mal ist echt viel zu lange her und hat mir auch nicht gereicht. Also man kann im Prinzip ja in einer Stadt wie New York kannst du ja jedes Jahr mindestens einmal hinfahren. Und es verändert sich so viel, dass es sich jedes Mal wieder lohnt. So ein kleiner Traum ist ja tatsächlich, irgendwann möchte ich mal mit Haien tauchen. Und das geht halt irgendwie, weiß ich nicht, in Mexiko, in Südafrika und sonst wo, in Australien wahrscheinlich auch. Ja, das ist aber so. Also ich würde sagen, das ist ungefähr nach Realitätsgrad gestaffelt, diese ganze Geschichte. Ja, so viel dazu. Dann, bevor ich Schluss mache, für heute noch ein kleiner Sendeplan hinweist. Am nächsten Sonntag ist der zweite Weihnachtstag, da wird es keinen Podcast geben von mir. Am 31.12. mache ich so einen kleinen Jahresrückblick. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Und an dem Sonntag danach dann wieder nichts. Und der normale Tag beginnt dann wieder am 9. Januar. Da hören wir uns dann regulär wieder mit Neues vom Bauchnabel, mit tausend Fragen und weiß der Geier, was mir noch alles einfällt. Und wahrscheinlich auch, wenn der Kachelmann denn recht hat, dann auch Eindrücke aus der Schneekatastrophe. Bam, bam, bam. Abgesehen davon bin ich der Mann, dass Wolfgang Kubicki echt mal die Klappe halten sollte, wenn es um Impfsachen geht. Und bis das passiert oder bis hier eine neue Folge erscheint von Johann Schaas für einen Podcast, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüssi.